so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen mit mir und natürlich mit let's play marcus mein spaß mit manuel natürlich wie kommst du jetzt auf let's play marcus keine ahnung naja aber jetzt also gut ich mach zwar auf let's place aber was machen wir denn heute eine challenge micha erzähl doch mal ich hab noch nie challenge genau ich hab noch nie mit micha ein video gedreht genau ich hab noch nie auf youtube irgendwas gemacht ich bin ganz neu ich bin ganz neu ja ist ja auch was neues für dich aber egal dann stellen wir doch mal dann sagt er erst mal was du noch nie gemacht hast und ich sage ob ich das auch noch nicht gemacht habe oder ob ich schon mal gemacht habe ich hab noch nie geht auch ich bin noch nie geht auch ich bin noch nie auf eine tanne geklettert ich schon das machen meine frau meine ein paar andere kumpels und ich machen das öfters einfach auf den baum klettern ja auch auf eine tanne bin ich ja auch nicht auf eine tanne sind wir auch schon geklettert nicht ganz hoch aber sind wir auch schon haben wir auch schon mal gemacht ähm lass mich mal überlegen ich hab noch nie ein nintendo switch gespielt weil ich auch keine nintendo switch habe naja das habe ich natürlich schon ich besitze auch ich komme heute nachts zu dir und dann klaue ich mir den nintendo switch und dann und dann nehme ich dich und schrei dich an weil ich dann sauer bin ok das war die spitze wieso bist du dann jetzt zitrone oder was ja ja da kann man mich so auspressen und dann kann man den saft aus mir machen genau ich mache saft aus dir saftlade oder sowas geht zurück in deinen saftladen du ok tschüss na tschüss ich bleibe hier also gut äh ich möchte ein anderes ausdenken aber leute ihr wisst ja vielleicht schon bescheid ich krieg im juli kriege ich den nintendo switch ja ich habe noch nie Twitch gehabt oder auf Twitch gestreamt ja gut ich ähm habe Twitch benutze es auch öfters aber ich streame nicht auf Twitch ich benutze es halt um Streams zu schauen von ähm YouTubern die nur auf Twitch streamen wollen weil warum keine Ahnung weil warum weil Baum ja kennst du nicht diesen Bild auf Manuel Ramt scheiße weil Baum oder Manuel Labert scheiße weil Baum den Vorgänger ne musst du dir mal anschauen ist lustig geworden ähm ja ich hab noch nie lass mich überlegen ich hab noch nie was verbotenes getan meinst du ähm gesetzlich oder? ja gesetzlich ich hab noch nie was verbotenes getan oder sowas in der Art ach äh das kann ich von mir für ich weiß nicht ob ich schon mal was verbotenes getan habe es kann sein dass ich nicht immer der allerhöflichste bin aber ich glaube so ein Verbrechen oder eine Ordnungswidrigkeit habe ich auch doch du hast ein Verbrechen begangen ich wurde geboren genau das ist das größte Verbrechen ne ja deshalb solltest du jetzt gehen geh weg tschüss verfiss dich verfiss dich ich bleib natürlich immer noch hier ja weil ein bisschen Zeit ham wir natürlich noch wir haben drei Jahre Zeit genauso wir haben drei Jahre Zeit leute eins zwei drei eins 1, 11, 2, 5, 3, 4, 3 Jahre. Du bist ein Mathe-Profi, das wissen wir schon. Ja, aber... Sechs Daumen! Genau. Ja, sag du doch mal das nächste. Ähm, ich hab noch nie... Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. Hab ich auch noch nie, weil ich da gegen allergisch bin. Gegen was bist du eigentlich nicht allergisch? Entschuldigung. Ne, ist in Ordnung. Aber Leute ihr müsst wissen, ich bin wirklich gegen sehr viel allergisch. Und wenn ich sage sehr viel, dann meine ich auch sehr viel. Das kannst du bestätigen, glaube ich. Äh, ich kenn nicht so viele von dir ver thrown. Zum Glück hab ich gar keine Allergie. Das freut mich für dich. Aua. Ich verprügel dich doch nicht. Komm her, Digger, ich verprügel dich! Ich verprügel dich! Ne, Leute! Leute, aber dann würde ich sagen, was ist auch schon wieder von der Challenge? Ein Daumen hoch, bitte ein Daumen hoch. Guck, bitte 27, nee, wie viele Daumen sind es? Ich glaube, das sind sechs Daumen. Ja, genau. Ihr gebt bitte sechs Daumen hoch. Jeder. Ja, hat es dir denn Spaß gemacht, diese Challenge mit mir zu drehen? Oder mal ein Video mit mir zu drehen? Ja, okay. Ich bin ja nicht mehr so aufgeregt, als wenn wir mal wieder eins drehen. Das freut mich natürlich. Aber Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ja, ansonsten danken wir auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss. Sechs Likes. Ander hauertes. Und dann wird's. Schnelllebtest. Und dann wird's. Und dann wird's. Das ist der Kinder. Cette Dich auf 700m33, wenn gibt's. Und dann ist's. Ja. Diese Schl screenshots. Okay, knocks creators. Und dann meistens anserる. Und Alteret. Untertitelung des ZDF, 2020